Mein Name ist Professor Wobiswin. Wewisbe, weit zu liebnen. Halt! Sie können doch damit nicht entscheiden, wie viele Parkplätze die Jobbörse kriegt. Das ist inhuman. Haben Sie eine bessere Idee, Britta? Ja, tausende sogar. Vicky schlägt die Dame. Das wär's dann für heute. Lesen Sie Kapitel 4. Ja, okay, das werden wir einfach ignorieren. Bananen? Ja. Toast? Ja. Kaugummi? Ja. Pancakes? Ja. Pommes? Raus hier. Raus, hab ich gesagt. So eine gibt es jedes Jahr. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Autoschlüssel? Ja. Okay, das war die letzte Pinkelpause. Wir müssen büffeln für... Entschuldigen Sie bitte, Sir. Könnten wir vielleicht... Mach mal halblang, Rufus. Es liegt ein langer Weg vor uns. Willkommen... zu leiten. Zu leiten. '